Hallo liebe Zuschauer, neben mir sitzt der Marco Teubner. Hallo Marco. Grüß dich. Ja, Marco Teubner, ein bekannter Autor in der Szene, hauptberuflich Autor. Und im Verlauf des Videos gehen wir auf seinen Beruf ein, ich wollte schon Hobby sagen, nein, auf den Beruf ein, Autor. Er sagt was zu seinen Neuheiten und dazu wünsche ich jetzt euch viel Spaß. Und damit herzlich willkommen, hallo Marco. Grüß dich, hallo. Kurze Vorstellung habe ich schon gemacht, Marco Teubner, bekannt in der Szene, nicht nur als Kinderspielautor, wir werden doch drauf eingehen, sondern hauptberuflich Spieleautor. Marco, Vergangenheit, ich habe es vorhin auch schon kurz erwähnt, bekannt bist du für mich eher als Kinderspielautor. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber ich habe das Gefühl, das war so dein Werdegang von den erfolgreichen Kinderspielen. Mittlerweile hast du ja eine breite Auswahl an Spielen. Liegt er richtig? Oder warst du früher schon aktiv auch in dem einen oder anderen Erwachsenenspiel? Also ein Spiel, wo jetzt praktisch auch für Familien oder Ältere gedacht ist? Nee, das stimmt schon, da liegst du schon richtig. Also ich mache Spiele hauptberuflich seit gut 25 Jahren und in der allermeisten Zeit, gerade in den Anfangsjahren, war es ausschließlich Kinderspieler. Das war und ist mein Zugang. Das heißt, ich bin Pädagoge, habe Kulturwissenschaften studiert und mir liegt das einfach. Ich habe selbst viele Kinder, ich habe einen guten Zugang zu Kindern. Das ist schon eine richtige Schublade, aus der ich halt mal ab und dann wieder gern meinen Kopf rausstecke und mal gucke. Was gibt es da noch? Ich stelle mir das mit einem erheblichen Druck vor, das hauptberuflich zu machen, weil gewissermaßen musst du ja immer abliefern. Manchmal verkauft sich vielleicht dein Spiel nicht so gut. Bei dir kann man jetzt sagen, du hast einen gewissen Werdegang, du hast viele Spiele, die sind erfolgreich schon gelaufen, aber verspürst du da keinen Druck? Vielleicht hat man ein Jahr, wo mal kein Spiel veröffentlicht wird. Es gibt auch andere Faktoren, da wollen wir jetzt keine drauf eingehen, von Verlagseite etc., wo es vielleicht Probleme gibt. Spürst du den Druck? Du sitzt so locker da, als ob da das Geschäft läuft gewissermaßen. Wie siehst du das? Ja, also jetzt zu sagen, da gibt es keinen Druck, das wäre falsch. Und gerade, glaube ich, wenn man das auch hauptberuflich macht und wenn man viele Aufträge annimmt. Das heißt, es ist ja im Gegensatz zu den Anfangsjahren so, dass ich jetzt hauptsächlich so arbeite, dass ich wirklich ein Briefing oder einen Auftrag vom Verlag kriege. Und damit ist natürlich schon der Rahmen gesetzt und dadurch entsteht schon Druck, kann man sagen. Das heißt, der Verlag plant das ein und sagt, okay, bis dahin, dahin wollen wir das Spiel auf den Markt bringen und jetzt lass dir mal was einfallen. Und auch wenn ich dann, wie heute hier, Kontakt habe zu anderen, wie zu dir, Influencern, Leute mit der Presse und so, da wird dann natürlich nachgefragt. Und was kommt denn jetzt und was noch? Typische Fragen, die man hat von mir ja auch. Genau, und da merke ich dann schon selbst, wenn es mal, weil Spiele entwickeln ist kein wirklich gleichbleibend linearer Prozess, sondern da gibt es dann wieder, dass ich Spiele anstauen beim Verlag, dann kommen wieder mehrere in einem Jahr raus, dann wird es wieder ein bisschen ruhiger. Dann ist natürlich die persönliche Situation auch immer eine unterschiedliche. Wie viel kann ich wirklich investieren? Ich habe viele Veränderungen auf privater Ebene und dann kann es durchaus mal ruhiger werden. Und dann merkt man so langsam, dass der Druck wieder kommt und dass man merkt, okay. Du hast aus der Vergangenheit das eine oder andere Zugpferd, ich werde die einzelnen Bilder einfach mal einblenden, damit ihr einen Überblick bekommt, was da vom Autor bereits veröffentlicht wurde, dass wir da nicht alles einzeln durchgehen. Ihr seht hier ein paar Einblendungen, das sind teilweise sehr erfolgreiche Spiele, Prämierungen gewissermaßen auf unterschiedlicher Ebene. Und wenn man jetzt genau auf die Frage eingeht, was viele interessieren, ja was kommt denn wieder Neues raus vom Herrn Teubner, ja da denkt man zuerst einmal jetzt nicht unbedingt an, ich habe fertig. Was ich in einem separaten Video euch auch schon vorgestellt habe, beziehungsweise in einem Interview gibt, was mich total überrascht hat. Also manchmal sind es auch die kleinen Spiele, die vielleicht gewissermaßen überraschen, vielleicht dich auch überraschen. Als erstes Spiel, vielleicht ganz kurz zu dem Spiel, was bei Pegasus erscheinen wird, beziehungsweise schon erschienen wird. Ich habe es ja hier liegen, dann zeige ich es euch ganz kurz. Von diesem Spiel reden wir, genau. Ja, manchmal sind es die kleinen, manchmal sind es die scheinbar die Projekte, die nicht so den direkten Weg zum Verlag finden. Das ist ein sehr ungewöhnliches Spiel und ich würde sagen, das ist in dem Portfolio von Spielen, die ich mache, auch mal wieder eine neue Schiene. Es nimmt sich nicht so ernst, das ist ein, ja, ich würde mal sagen, im besten Sinne ein Nonsensspiel. Ich würde es am ehesten, wir hatten das vorhin schon in so einem Vorgespräch, dass wir darüber gesprochen haben, mit was könnte man es vergleichen. Und ich würde sagen, Exploding Kitten wäre für mich so der Vergleich. Stimmt, wäre auch nicht. Ich habe da eher mit Love Letter beispielsweise auch die Richtung gehabt, weil ich spiele eine Karte aus, beziehungsweise ich ziehe eine Karte nach und dann kann man ja schon beginnen mit dem Spiel. Jetzt dürfte der eine oder andere sagen, das ist mir zu simpel. Aber es funktioniert gut und es macht Spaß. Also jetzt so mein Eindruck. Es muss nicht immer ein Brecher sein, es kann auch mal was Simples sein. Aber ich versuche wirklich so, für mich gibt es da keine Grenzen. Ich habe bei Gerhards Spiel und Design ein abstraktes Spiel. Da habe ich jetzt wieder eins, was ich eigentlich noch besser finde als das erste bei Gerhards. Und wir bringen natürlich den neuen großen Fizek jetzt in Essen raus. Da denkt man sich, Moment, der ist doch Kinderspielautor. Jetzt plötzlich steht Fizek drauf. Aber auch das ist ein Standbein, wo du jetzt schon seit Jahren hast. Ja, das sind die ersten Krimi-Horrorspiele für Kinder. Sehr erfolgreiche Spieler, muss man auch sagen. Ich habe es ja vorhin erwähnt, wenn Fizek auf der Schachtel steht und Tolpner ganz klein, fühlt man sich dann benachteiligt oder sagt, nein, der Fizek, du hast ihn jetzt auch kennengelernt. Du hast mit ihm zusammengearbeitet. Manche würden nervös sein, wenn der jetzt hier sitzt neben einem. Wie siehst du jetzt da die Perspektive? Weil Fizek steht ja quasi auch groß auf der Schachtel, ist sicherlich auch ein Zugpferd. Sagst du dann, ja, okay, bringt mir ja auch ein gewisser Erfolg. Wie ist da das Thema? Ich stelle mir das richtig spannend vor dann quasi. Weil im ersten Moment blickt einem die Fizek-Schachtel an und du stehst ja quasi dabei, nicht negativ ausgedrückt. Aber klar, das Zugpferd, das muss schon groß draufstehen. Wie siehst du das jetzt bei den Spielen? Eindeutig. Also würden wir die Spiele nicht unter dem Label Fizek vermarkten und verkaufen, dann hätten sie bei Weitem nicht den Erfolg. Ich versuche natürlich und ich hoffe, dass es auch gute Spiele sind, aber wir erreichen natürlich komplett andere Käuferschichten dadurch, dass wir groß Fizek draufschreiben. Ich sehe das wirklich so ein bisschen wie ein Label. Also das ist einfach, er macht ja vieles. Er hat ja seine Show, seine Romane, er tritt im Fernsehen auf. Es gibt die Verfilmungen von ihm und ehrlich gesagt, er versteht das ganz gut. Ich bin immer wieder fasziniert davon, dass er das ganz klar auch so darstellt. Zum Beispiel auf seiner Seite schreibt er auch das neue Fizek-Spiel von Marco Teubner. Also es ist nicht so, dass er sich da mit falschen Lorbeeren oder fremden Lorbeeren schmücken würde, sondern das ist schon in dem Sinne eine Kooperation. Seine Welt, seine Gedankenwelt, das, was er viele Jahre erfolgreich mit seinen Romanen aufgebaut hat und in die versuche ich ein Spiel zu platzieren. Und das ist okay. Okay. Wie kann ich mir das vorstellen? Arbeitet ihr zusammen oder sagt ihr einfach mal, mach einfach mal, ich schaue mir das an? Wie stark fließt das ein oder die Redaktion von Moses beispielsweise jetzt in dem Fall? Oder hast du erstmal eigene Handlung? Kannst du sagen, so präsentiere ich es dem Verlag und so präsentiere ich es dem Fizek und dann schauen wir mal, was rauskommt? Also Gott sei Dank. Ich habe da sehr viele Freiheiten. Das finde ich auch gut so. Es gibt im Vorfeld schon eine Art Briefing, in der wir sozusagen den Rahmen abstecken. Ich glaube mittlerweile haben wir auch ein gutes Gespür in dem Team zusammen, was wir von einem Fizek-Spiel erwarten. Es ist aber nicht so, dass wir jetzt wirklich zu zweit an dem Spiel entwickeln. Also das ist auch ganz klar, Autor des Spiels bin ich. Das Ganze findet in der Fizek-Welt statt. Und wir versuchen schon, so eine Art Absprache zu treffen. Interessant, wenn man mal die drei Spiele im Vergleich sieht. Safehouse hat ein Ursprung, wirklich eine Spielidee von Sebastian Fizek. Das heißt, der eigentliche Gedanke, in einem Spiel vor einem Killer davon zu rennen, um in ein Safehouse zu kommen, das war seine Idee. Auch wenn das Spiel von der Entwicklung her dann komplett auf meiner Seite lag. Dann Killer Cruise ist ja das Zweite. Da kann man ja sagen, dass... Richtig imposant vom Aufbau und Wahnsinn. Passagier 23 war da sozusagen die Buchvorlage. Musst du dann auch immer die Bücher lesen? Musst du dich immer auf dem Laufenthalt und sagst, der neue Fizek, den muss ich ja lesen. Ja, genau. Sorry, wenn ich jetzt da reingrätsche, aber jetzt beim Passagier auch. Da hast du auch gewissermaßen schon das Thema. Musst du auch dranbleiben eigentlich. Ja, klar. Und vor allem jetzt beim dritten haben wir keine Romanvorlage. Das heißt, alles, was ich habe, ist im Prinzip die Gedankenwelt von ihm. Und die muss ich natürlich irgendwo verstehen und versuchen zu verinnerlichen. Das heißt, im Prinzip alles, was er so macht, aufsaugen, lesen und versuchen in dem Sinne und in der Denkweise von ihm ein Spiel zu entwickeln. Und wenn man mal auf diese Triologie, ich hoffe, es bleibt mir dabei, es geht auch weiter. Also es gibt ja auch diverse andere Spiele rund um Fizek, die laufen ja auch sehr erfolgreich. Und ich sehe es jetzt so, um jetzt gleich mal wieder Druck aufzubauen auf dich, nach so einem Killer Cruise, wo man so ein richtig schönes Schiff aufgebaut hat, mit diesen Passagieren, wo an Deck sind, die unterschiedlich verkauft haben, erwartet man ja wieder so ein Werk. Da denkt man auf, was wollen denn die Leute noch? Aufklappbares Haus in dieser Richtung. Es muss ja immer größer, immer imposanter dann werden. Genau, das ist dann der Teil, wo der Verlag ins Spiel kommt, der dann sagt... Kein mal abschieben. Nein, nein, das ist... Nein, nein, genau. Das ist genau der Wunsch. Sie sagen auch, das muss schon eine gewisse Tischpräsenz, nennen wir das dann immer, haben. Und das hat angefangen mit dem Pop-up bei Safehouse. Dann kam das Schiff. Das hat mich auch fasziniert, wie Moses das dann entwickelt hat. Und da muss dann natürlich im dritten Teil jetzt irgendwas nachkommen. Das heißt, ich muss schon ganz frühzeitig in der Entwicklung eigentlich mitdenken, dass... Wie kann ich diesen... Diese Tischpräsenz, diesen Wow-Effekt sozusagen auf den Tisch in die Spielentwicklung einbauen. Das ist lustig. Beim ersten Entwurf von dem neuen Underground-Spiel für FitSec, da waren das ein paar Plättchen, die auf dem Tisch lagen. Und da war mir schon zu Hause klar, nee, das wird nicht funktionieren. Da wird der Verlag sagen, nee, da müssen wir irgendwie... Da muss noch ein bisschen Tischfeuerwerk dazu. Spannend. Wie gesagt, auch dazu gibt es schon Video auf dem Kanal. Da könnt ihr auch mal schauen, was da euch anspricht. Mittlerweile auch eine große Auswahl. Ich bin nochmal bei Kinderspielen, Familienspiele. Da gibt es ja auch was jetzt, was ein Essen angeht. Ich denke da nur an so eine Kugel. Ja, wir schieben mal wieder eine ruhige Kugel. Genau. Also eigentlich ist es eine Ankündigung aus Nürnberg, die sich nur in der Entwicklung, oder besser gesagt in der Produktion verzögert hat. Das heißt, wir haben jetzt einen zweiten Teil vom Dodo. Dodo Ahoy. Dodo Ahoy heißt das, der jetzt rauskommt, der jetzt rausgekommen ist und dann auch in Essen da sein wird. Und das ist das Kinderspiel, die Fortsetzung vom Dodo. Wir haben also das Ei erfolgreich von dem Berg herunter manövriert. Und jetzt gilt es, das auf eine neue, sichere Insel zu bringen. Es steht ab sieben Jahre drauf. Muss ich gleich wieder nachhaken. Sieben Jahre, sage ich, für mich immer geht es als Familienspiel schon weiter. Unter sieben ist für mich Kinderspiel. So, jetzt macht ihr es ganz clever. Der Verlag aufschreibt sieben drauf. Es ist für mich Kinder-Familienspiel. Also auf jeden Fall ein Spiel, wo man mit Kindern spielen soll. Bist du da jetzt konform? Der eine oder andere hat jetzt das Cover gesehen und hat gesagt, wow, das sieht ja richtig cool aus. Wie siehst du jetzt da die Zielgruppe, um gleich da mal eine Frage einzuhaken? Weil sieben Jahre, ja, das können auch schon Sechsjährige spielen. Das kann man auch mit Achtjährigen spielen. Aber Kinder sollten definitiv, also nicht unbedingt dabei sein, aber es ist eigentlich schon für die Zielgruppe. Also ich würde schon noch das sagen, dass das ein Kinderspiel ist. Und da haben wir leider, ich verstehe das auch manchmal nicht so ganz, warum wir in der Branche so eine Trennung haben. Und wirklich, das geht mir nämlich genauso. Ich denke auch oft so Sechs ist Kinderspiel und Acht ist dann ein einfaches Familienspiel. Und ich habe lange Zeit im Einzelhandel auch gearbeitet. Und da gibt es dann diesen Effekt, dass auch Käuferinnen, Käufer reinkommen und sagen, nee, also wir wollen jetzt kein Spiel mehr, wo ab sechs draufsteht, meine Kinder, die sind da jetzt schon raus und so. Und sieben ist so ein bisschen stiefmütterliches Alter, finde ich. Da liegt man so, steht zwischen den Stühlen. Und Dodo, wir wollten einfach signalisieren, es hat einen Ticken mehr Anspruch als der erste, der Dodo. Aber es ist schon noch im Bereich Kindereinfaches Familienspiel angesiedelt. Das Besonderheit ist ja eine Kugel, die rollt, die nicht immer rollt. Abhängig von der Schräge rollt sie mal schneller, rollt sie mal langsamer. Und ich will immer das Ding mal aufsägen. Jetzt verrate uns doch mal, da ist ja nicht nur Sand drin. Da sind ja verschiedene, ich bin kein Physiker, aber gewisse physikalische Elemente dabei, dass die mal langsamer und mal schneller rollt. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Hast du dann daheim so einen Physikbaukasten gehabt? Oder hast du das irgendwo gesehen und hast gesagt, so eine Kugel, die langsam rollt und mal schneller rollt, das wäre schon cool. Vielleicht ein paar Infos, ich weiß gar nicht, wie weit. Man kann das Ding ja aufsägen, würde ich übrigens nicht empfehlen. Aber vielleicht da ein paar Infos. Das ist natürlich immer die Frage, soll man jetzt so einen Magic Moment, soll man den so lüften? Ich versuche es mal mit einem anderen Zugang. Spieleentwickeln hat, ich werde manchmal gefragt, wo kommen die Ideen her? Wie kommst du da drauf? Und dann sage ich immer, es ist eher die Frage, mit welchem Blick man durch die Welt geht, weil die Ideen sind eigentlich vielfältig und überall. Und es gilt eher so, dieses spielerische Moment in den Dingen zu finden. Und wir mussten diese Kugel schon noch spielzeugtauglich machen, aber es wäre völlig falsch, jetzt zu behaupten, dass wir diese Kugel entwickelt hätten. Ich sage einen Begriff und wer dann möchte, kann ja mal recherchieren. Das ganze Ding heißt Snail. Wie schreibt man das? Snail, wie die Schnecke, der Schneckenball. Und das kommt wirklich aus einem alten Physikbuch. Dazu? Also gut aufpassen, Kinder in der Schule. Manchmal stecken in den Physikbüchern auch noch gute Spielideen. Und die Kunst ist eigentlich herzugehen und dieses physikalische Phänomen wirklich in ein Spielzeug zu packen. Wie bringt man die Kugel dazu, in Zeitlupe den Berg runterzurollen? Ist faszinierend. Ist total faszinierend. Jetzt, wie gesagt, eine Fortsetzung mit Dodo Ahoy. Ich bin mir sicher, da kommt noch bei weitem mehr, weil wenn schon mal die Kugel da ist, dann muss man das eigentlich nutzen. So nenne ich es mal, bis einem vielleicht die Spielideen flöten gehen gewissermaßen. Ägypta eigentlich, wie soll man sagen, habt ihr da den Stempel drauf, dass nur ihr diese Kugel verwenden könnt? Es kann ja auch sein, dass andere Verlage sagen, dieses Element mit der Kugel, das nehmen wir auch. In einem anderen Spiel. Wie ist denn das da? Kann ich mir auch. Wie sagt man dazu? Ja, habt ihr da ein Recht drauf, auf diese Kugel? Na, da das keine eigene Entwicklung ist. Also wir haben, wie gesagt, wir haben es für unsere Zwecke weiterentwickelt. Patentmäßig, genau. Wir haben es nicht geschützt. Deswegen könnten wir uns jetzt nicht darüber beschweren, wenn andere Leute das hernehmen. Aber ich sage mal so, man hat ja entweder, hat man eine Idee, die man leider zu früh oder nicht in einer guten Form auf den Markt bringt. Dann ist es immer der normale Weg, dass es wieder aufgegriffen wird. Und dann wird in einer Retrospektive, wird man das, glaube ich, bessere Spiel mit einer Idee verbinden. Also ist es eigentlich immer das Ziel als Entwickler, wenn ich irgendwas Innovatives habe, dass ich versuche, das wirklich auch in einem optimalen Setting zu bringen. Und ich hoffe, dass wir in der Situation sind, dass wenn auch später oder irgendjemand anderes eine Kugel in der Art verwenden würde, dass man dann eben sagt, na, das ist doch wie bei Dodo. So, genauso wie... Ist doch auch schön, wenn man sowas hat, wie sein Leichte, die Kramer Leichte oder sowas. So das Typische, wo man halt doch schön, wenn man damit in Verbindung gebracht wird. Genau. Rainer Knizia, die Wertungsmethode, dass man von allem, was man hat, das Schlechteste nimmt und das gewertet wird. Es gibt immer wieder so Aspekte. Einfach genial war das Beispiel. Genau, genau. Und Wolfgang Kramer wurde ja mal befragt, was er denn noch so als Ziel hätte beim Entwickeln von Spielen. Ich hoffe, ich zitiere ihn jetzt da richtig. Und er sagte, nochmal so einen großen Moment, so etwas wirklich, wo man einen Meilenstein setzt. Und ich finde, das hat genau der richtige Spieleauto gesagt, nämlich der uns die Kramer Leiste vermacht hat. Insofern, ja, Spielen heißt auch immer wieder zitieren und immer wieder sozusagen neu kombinieren von Dingen. Wir sind alles, wie sagt man so schön, Zwerge auf den Schultern von Riesen. Das heißt, wir nutzen immer das, was schon da ist und versuchen sozusagen, es weiterzuentwickeln, zeitgemäßer zu machen, unseren eigenen Senf dazuzugeben. Und oftmals ist es ja als Spieleautor, wird es schwer, immer das Rad neu zu entwickeln. Oftmals wird es verglichen mit Spielen. Habe ich jetzt auch gemacht quasi. Man vergleicht es gerne mit Spielen, aber es sind dann doch andere Mechanismen, die man dann voranbringen oder beziehungsweise vorstellen möchte. Weil ich denke, so eine ganz innovative, gut, die Kugel kann man schon als innovatives Element bezeichnen, aber ansonsten ist es ja auch schwer, wenn man sich überlegt hat, wie viele Tausende von Neuheiten ja nicht auf den Markt kommen. Es wird gewissermaßen ja auch verglichen. Ja, wobei das ist schon so ein Wunsch. Also es ist auch, ich merke das auch, das ist so ein innerer Antrieb von mir, dass ich natürlich versuche, Dinge zu tun, die noch nicht ausgelatscht sind, die noch nicht so oft da sind oder vielleicht im besten Fall noch gar nicht da sind. Aber das heißt, man muss versuchen, auch offen zu bleiben. Und es funktioniert nicht auf Zuruf. Also denk nicht an einen rosa Elefanten. Das ist beim Entwickeln genau das Gleiche, wenn ich mir sage, so, jetzt an was Neues denken. Das geht nicht. Okay. Das zu dem Element, was ich noch ergänzen wollte. Ich kann mir das vorstellen, du kommst mit so einer Kugel zum Verlag. Und der Verlag oder der Redakteur sagt, wie soll man das überhaupt umsetzen? Da hast du dann wahrscheinlich auch deine Freude. Ich habe das letztes Mal beim Arno Steinwender, habe ich auch das Thema gehabt, dass er innovative Ideen hat. Aber der Verlag hat einfach ein Problem. So ein Element auch umzusetzen. Ich weiß nicht, ob es dir vielleicht mit der Kugel ähnlich ging. Aber ich glaube, da kriegst du vielleicht erst mal viele Absagen und dann traut sich vielleicht dann doch ein Verlag daran. Das ist dann wieder dein Nachteil, wenn du mit vielleicht solchen Ideen kommst. Ja. Ja, wir versuchen natürlich bestmöglichst in Vorleistung zu gehen. Also was bei dieser Kugel bedeutet hat, dass wir wirklich, ich glaube, über zwei Jahre entwickelt haben, bis wir es überhaupt erst mal gezeigt haben. Und dann haben wir uns auch dem Verlag auch angeboten, dass wir sozusagen die Erfahrung, die wir damit gemacht haben, mit einbringen. Weil das ist auch in der Herstellung nicht ganz einfach, nicht ganz trivial. Und wir sind, ja, man kann es immer noch verbessern. Also leider ist es ja so, wir wissen noch nicht, wie wir das Problem final lösen können. Aber der eine oder andere wird es ja merken, dass diese Kugel doch mal anhält. Ja, bei Ahoi beispielsweise muss man dann doch einen Stubserler geben. Also manches läuft dann auch nicht so perfekt, wie man es sich wünscht. Oder sie geht ganz schnell. Genau. Und wenn ich das natürlich in einem Prototyp fertige, dann kann ich das als Einzelstück anfertigen. Kriege ich das hin, dann passiert das nicht. Und dann entwickle ich das Spiel und alles ist top. Und dann muss ich mich damit auseinandersetzen, dass natürlich in einer Serienproduktion andere Prozesse da sind. Und dann haben wir jetzt einen Aspekt, der dafür sorgt, dass diese Kugel zum Stehen kommt und wir damit umgehen müssen. Sie ist schrau, sie ist ein bisschen glatt oder was es alles gibt von der Produktion. Okay. Ich glaube, das waren jetzt auch die Neuheiten für Essen, wenn ich es richtig. Du musst eher wissen als ich. Ich habe zwar auch vieles im Kopf, aber ansonsten blende ich es ein. Wenn man noch im Nachgang, hast du noch eins? Mir ist das auf der Messe wirklich mal passiert. Ich bin mal über die Messe gelaufen und habe ein Spiel vor mir entdeckt. Ach, das ist schon draußen? Ist auch schön. Und das wird vorher gepostet von Ihrem Influencer, wo dann ein Bild postet. Viele Grüße an Stefan Feld, der dann immer sagt, die haben es vor mir, obwohl ich eigentlich das Spiel als Autor dann herstelle. Genau. Und das ist wirklich so. Also wenn wir entwickeln, das sind ja wirklich sehr lange Prozesse. Das heißt, wenn ich das Spiel entwickle, bis es beim Verlag ist und wenn der Verlag dann wirklich erstmal in die Umsetzung einsteigt und bis es dann terminiert wird für die Veröffentlichung, da vergehen Jahre. Und in der Zeit mache ich ja wieder andere Dinge. Und das war so lustig. Ich muss dann teilweise wieder meine eigenen Regeln lernen, wenn ich auf die Messe gehe, damit ich das Spiel richtig erklären kann. Du bist nicht der Einzige. Also ich kriege das bei vielen Autoren mit. Ich finde das nicht tragisch. Ich mache auch nicht immer alles richtig. Ich erkläre auch mal eine Regel falsch. Das gehört dazu. Das ist ärgerlich gewissermaßen. Aber dann ist es einfach so. Deswegen sage ich immer, ich lese nochmal lieber nochmal in der Anleitung nach, weil 100% auf jemanden verlassen. Also deswegen immer nochmal in der Regel nachlesen. Also nur, ich glaube ziemlich sicher sagen zu können, wir haben den Fizik, ich habe fertig und wir haben den Dodo jetzt für Essen. Eine abschließende Frage habe ich. Du hast es vorhin erwähnt. Es soll was hängen bleiben. Du hast ein Kram erwähnt. Was soll bei dir hängen bleiben? Bestimmt nicht die Kügel. Was sind deine Wünsche, was du dir setzt? Was ist dein Wunsch? Mit wem? Welches Projekt würdest du gerne verwirklichen? Hast du da was im Hinterkopf? Oder hast du den Gedanke, das wäre mal was? Das ist ein Legacy-Spiel. Es gibt so viele Dinge. Hast du da irgendwas, wo vielleicht auch schon bastelst, wo sagst, da sitze ich schon 10 Jahre dran? Gibt es irgendwelche Elemente oder irgendwelche Dinge? Ja, gibt es. Also nur zu dem Thema 10 Jahre. Ich habe dann irgendwann mir gedacht, wenn ich 10 Jahre dran sitze und es immer noch nicht fertig ist oder immer noch keinen Verlag gefunden hat, dann hat es vielleicht einen Grund. Deswegen sind es jetzt nicht unbedingt die alten Projekte, wo ich sage, die muss ich unbedingt noch fertig bringen. Ich habe aktuell eins. Das ist ein Herzensprojekt. Das ist eine Literaturverspielung im Kinderbereich. Mehr will ich nicht sagen, aber das liegt mir sehr am Herzen. Was auch sehr viel Zeit benötigt wahrscheinlich auch. Wobei Herzensangelegenheit, da spielt die Zeit ja keine Rolle. In dem Fall ist es eher eine Frage der Rechte, was ein Problem macht. Also oft ist es ja so, wenn wir jetzt Spiele einfach so entwickeln, dann liegt es an uns selbst und an den Verlagen, wie wir das alles managen. Aber wenn wir jetzt Lizenzen aufgreifen, dann kommen Dinge mit ins Spiel, die wir wenig bis gar nicht beeinflussen können. Ja, klar. Gibt es ja in der Branche auch Disney und sonstige Themen, Star Wars. Es gibt ja viele größere, kleinere, aber klar, das ist mit Kosten verbunden. Und das kann wahrscheinlich auch nicht jeder Verlag dann stemmen, gewissermaßen dann. Genau, genau. Ja, aber ob es das jemals geben wird, das steht in den Sternen. Lustigerweise ist es das erste Mal, dass ich versuche, wirklich die Rechte selbst zu kriegen, damit das ganze Projekt weitergehen kann. Ja, okay. Also ich versuche da in Vorleistung zu gehen, damit das nicht irgendwo auf halber Strecke stirbt. Okay. Ich denke, das waren alle Informationen. Wenn ihr noch irgendwelche Ergänzungen habt, Kommentare, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich nehme es gerne auf für eines der nächsten Interviews. Wird vielleicht auch nicht ganz so lange dauern. Essen steht vor der Tür, die große Herbstmesse. Da werden wir dich an allen Tagen sehen. Vielleicht da einen Ausblick. Sieht man dich an Ständen? Wirst du bei Pegasus sein? Wirst du bei Cosmos sein? Gibt es solche Slots, solche Zeitthemen, wo man sieht, da ist der Autor da? Genau, also wer in Essen, ich habe fertig mit mir spielen möchte, da können wir auch sagen, er braucht nicht viel Zeit. So fünf Minuten reichen meistens, fünf bis zehn. Ja, absolut, absolut, ja. Der kann mal kurz kommen und ein bisschen Spaß haben. Ich werde also bei Pegasus sein. Leider kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen. Wann? Ich glaube, Donnerstag gleich am Vormittag. Also die Ersten, die auf die Messe kommen am Donnerstag, können das gleich machen. Und ich werde natürlich bei Moses sein für den großen Fizek. Frag ich auch nach, Fizek ist auch vor Ort? Nein. Nicht. Das heißt, alle müssen mit dir vorliegen. Müssen mit dir vorliegen. Ja, ich sage es deswegen, weil ich war ja auch schon auf anderen Messen. Manchmal sind solche Promis, in Anführungszeichen, auch Zugpferde, auch für den Verlag. Und ich glaube, das war letztes Jahr bei Moses auch so, mal ist gar nicht durchgekommen quasi, weil es so voll war. Aber dich sieht man dann auch bei Moses dann quasi und denke ich auch bei Cosmos am Stand. Kann ich mir vorstellen. Genau. Ich werde aber nur Donnerstag und Freitag da sein. Ich habe gedacht, dass ich mir die ruhigeren Tage aussuche, aber ich glaube, dieses Jahr mit dem Feiertag... 3. Oktober hast du super gemacht, ja. Vielleicht jetzt. Okay. Marco, dir herzlichen Dank. Euch eine weiterhin gute Zeit. Ich hoffe, die Art und Weise des Interviews hat euch gefallen. Das ist immer mal wieder was anderes. Für mich auch ein Versuch. Technik klappt nicht immer, aber das gehört einfach dazu. Und wichtig waren die Inhalte, die Informationen und ich denke, die habt ihr auf jeden Fall bekommen. Dir herzlichen Dank. Gerne geschehen. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.